so heute geht es weiter mit dem hier auf geht's so hat haben wir den von auto mal wieder zumindest so vielen gibt es mit dem ersten starten heute hier sind wir nun mit der ersten runde kristen was denkst du so von 14 starten und auf die kolle auf 12 den ersten haben wir schon mal kassiert den kollegen haben wir schon kassiert das ist einfach schön nach vorne arbeiten einfach wird definitiv nicht hier aber wir machen das beste draus das war mir fast klar dass du dann noch sagst komm ich drehe ich nochmal weg schön dankeschön wir das wegdrehen idiot das ist das wo wir jetzt hin schade sonst hast du einfach die ganzen crashkits dabei ich habe gewinnen wir das wahrscheinlich nicht aber jetzt kann ja mal gucken was anfangen geht das war der hier glaube ich der 19er der müsste mich der mich da gedreht hat ich habe jetzt keine gedanken sondern wir gehen uns durchaus sieben mit vor letzte runde lasst uns aus der mitte rauskommen schön hier sind die lücke reingedrückt jetzt haben wir nur drei autos vor uns jetzt wird sich ja mal gewinnen werden wir es nicht aber machbar ist das ding jetzt auch immer noch so jetzt sind wir zumindest mal auf dem podium und plötzlich geht es auch die führung derzeit das behalten und absetzen das war mir der ideal fall Und jetzt scheint es in Richtung Ziel zu gehen. Und jetzt haben wir es. Das Rennen doch irgendwie gewonnen. So. Wunderbar. Haben wir es. So, nächster Rennen. So, nächster Rennen. Rennen Nummer 2. Barcelona, eigentlich 5,14 Kilometer. Vielleicht, ich glaube, vier Rennen sind es insgesamt. Ja, sind es. Die Staaten schön hinten. Die Frage ist, von wo? Nein, wir müssen es hier nehmen. Oh, da noch ein Regen. Ich kann es nicht noch mal wissen. Irgendwo im Mittelfeld. 13. Ja, die Strecke hat nicht viel Städte zu holen. Also müssen wir tatsächlich da nutzen, wo es geht. Und das war jetzt hier wohl der Fall. Zwei Runden haben wir ja pro Rennen. Zwei Runden haben wir ja pro Rennen. Jetzt gehen wir auf 5,6. Schieben sie schön, das fällt immer noch. Schöner Zwischenbesatz. Wundere dich nicht, wenn du dafür attackiert wirst. Das heißt, ich muss jetzt an dem Kollegen hier vorbei. Ich kann mich tatsächlich doch nur in der ersten Runde an die Führung an die Spitze setzen. Ich glaube, es gibt auch in Barcelona eine Strecke, wo es einfach kommt zum Holen ist. Aber die scheinen es einfach zu sein. Die Führung ist gut dabei. Ja, aber wenn wir deswegen jetzt die gewinnen, sind wir schon mal punktetechnisch sehr gut dabei vorne. So, jetzt geht es in die zweite Runde. Und runde zeigtechnisch. Letzte Runde. Und zeigtechnisch sollte das... Ist das Schreckgekopf als eben? Ja, das wird definitiv die Zeit passen. Ja, das wird definitiv die Zeit passen. Ja, das ist ja schon mal. Okay, ich glaube, jetzt geht es jetzt. Wir gehen mal mit den Top 10. Ich weiß nicht, ich habe so einen blöden Dreh oder so. Sollte Kuh und die Puppe geben. Sollte Kuh und die Puppe geben. Renn Nummer 2 geht an uns. Renn Nummer 3 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 geht an uns. So. Ich muss vorsichtig sein, ich glaube jetzt irgendwas wegwerfen. Und Renn Nummer 3. Yes! So, nix drin. So, letzte Renn, San Francisco. So, auf 7. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Christen, was denkst du gerade? Oh, ich glaube es entgegelt. Viel Glück, Partner. Ich hasse so was. Ja, da muss man sich von hinten aufrollen. Tschüss. Hey, bleib lieber auf Abstand, damit sich die Lage wieder beruhigt. Ja, ziemlich schön an den Top Ten. So, wir schauen, was haben wir gleich wieder. Weil da ist schon der sieplatzierte Infos. So viel zum Thema dazu. Oh, bitte. Das ist doch dein Teamkollege. Ja, dann lass mal Platz, bitte. Okay, das war ich selber, das war ein bisschen ungestimmt. Yes. War ich schon wieder da daneben. Williams durchgeobil. Was ist alt? Nein. Wow, das war eine große tongue. Noch mehr in eine Koche hat. Jetzt� Verlangen. So, jetzt geht es in Grunde 2, oder? So, da kommen wir nochmal an. Das hat mir zu viel Platz gelassen. Das ist die letzte Runde, lass uns etwas an Boden gut machen. Vorsicht, du hast dieses Auto einmal zu oft gerammt. P4 muss ich zu nahe ran fahren, wenn wir das wieder am Ende des Feldes. Ich bin vorbei. Bitte, jetzt wärme ich das noch. So, ich bin zwei Jahre alt. So, jetzt anrufen. Das muss ich wieder vorbei lassen und ab entführen. So. Ja, der will nochmal. Der Junge ist nochmal dran, er will nochmal ran. Aber. Wir können über die Z-Linie hinhalten. Yes. So. Gut, dann haben wir es. Gut. Perfekt. Das ist ja nicht mehr eine Überraschung gewesen. Gut. Dann sind wir da durch und morgen geht es auch nicht weiter. Hier. Weitere.